Ja, wie ich da und Herr, für ein paar wenige Augenblicke ist es also losgegangen mit Stadt-Land-Talent. Wir geben sofort zu unserem Reporter vor Ort, Sascha Riefer. Ja, also zuallererst das Wort an Mr. Casting himself, Dieter Bohlen. Herr Bohlen, wie viel Talent hat denn die Schweiz? Ja, was ist das für eine Frage? Ich meine, weißt du, Beatrice hat die SDS gewonnen, Luca hat die SDS gewonnen, das ist fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, weißt du? Ja, aber ich habe auch anderes gesehen, das ist klar, ich habe Schweizer gesehen, also Junge, du, wenn ich meinem Hund eine Currywurst in den Hintern stecke, dann klingt das auch so, du, ja. Also, das war eine erste bissige Einschätzung von Dieter Bohlen. Wir geben direkt weiter an SRF-Meteo-Chef Thomas Bucheli. Thomas, wie wird sich denn das Wetter heute hier im Saal entwickeln? Nun, es wird eine heisse Angelegenheit. Heiss ist durchaus im wörtlichen Sinn gemeint. Die Temperaturen schrauben sich hoch auf Wert von bis zu 25 oder 30 Grad. Danke, Thomas, für diese Wetter-Einschätzungen. Natürlich soll in dieser kleinen Vorschau auch der Humor nicht zu kurz kommen. Peach Weber ist bei uns, Peach, eine Akrobatik-Nummer, wie wäre das? Grüezi miteinander. Also, nein, ich bin ein totaler Bewegungs-Lega-Steniker. Ich bewege mich nur, wenn es wirklich sein muss. Zum Beispiel im Zug, wenn es schüttelt. Apropos Bewegung, wie sagt man dann, wenn ich mit meiner Freundin Sex habe? Schwerverkehr. Aber jetzt mache ich da noch ein kleines Lied. Danke, Peach. Ich höre, es geht weiter im Lötz-Helternehmen. Das war's von unserer Seite. Wir wünschen weiterhin viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Das war's von meiner Freundin.